Hey, was gibt's? Stehle gerne. Nein, mach ein Grosses. Erzähl. Ja, jetzt habe ich die Pille abzahlt. 451 haben wir. Hoffentlich zum letzten Mal, oder? Seien wir mal ehrlich jetzt. Was hat die SRG je für uns gemacht? Gute Dokumentationen zum Beispiel. Was? Doc, kennst du? Ja, von mir aus. Spielfilme? Mach ich glaube auch, oder? Ja, und ausser Spielfilme und irgendwelche Docfilme. Was macht die SRG für uns? Grundsturnen. Ja, das musst du natürlich gesehen haben. Yes! Schuten! Lauberhorn? Olympia? Sport. Tagesschau? Die Schweiz Aktuell? Rundschau? 10 vor 10? Ja, okay, aber... Immerhin live aus dem Bundeshaus, oder? Bundeshaus. Spielhaus? Gibt's nicht mehr. Geschaut hast aber sicher. Ja, gut. Sepp schon. Aber jetzt ausser... Arena? Ja... Kassensturz. Schau, der Punkt ist einfach, dass... Serie. Bestatter. Oder Wilder. Die Antwort. Ja, habe ich auch schon gesehen. Aber der... Wie kommt der Zeit? SRF 1, 2 und 3. Virus? Echtes 1, 2, couleur 3, rete 1, 2, etre. Und die musikale? Potsmusik. Oder SRF 4 News? Okay, okay, Radio. Das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Glanz? Und Gloria. Oh ja. Happy Day. Ähm, Meteo? Comedy. Aha, Comedy. Serie. Jetzt aber ausser... Jeder hat erzählt. Finde ich super. Komm, sind wir ehrlich. Jetzt ausser die Spielfilme, Docfilme, Kunstturnen, Schute, Laubhorn, Olympia, Tagesschau, 10 vor 10, live aus dem Bundeshaus, Arena, Bestatter, Tatort, Echo der Zeit, Radio, SRF 1, 2 und 3, Welschen, Bessiner, Musikwellen, Potsmusik, Glanz und Gloria, Happy Day, Meteo, jeder Rappenzelt. Was hat SRG je für uns gemacht? Sag ich ja. Einer gegen 100. Ja komm, hör mal auf. Einer gegen потерiji. Einer gegensteifbar know. Einer gegensteifbar know. Nie moisturizing. Es ist jetzt mal auf. Be consolidate Leader. Einer gegenwremen. Einer gegensteifbar-kackze offset. Nichts das Problem. Déu stellen. Einer gegensteifbar lärg��, wer ausser.